Willkommen zu einer weiteren Einheit des Arbeitsbuch Statistik. Dieses Mal mit einer Aufgabe aus dem Bereich Kovarianz und Korrelation. Insbesondere aber mit einer Aufgabe zur Kovarianz. Schauen Sie die Aufgabenstellung einmal an. Für die fünf Studenten wird die Abschlussnote des Abiturs und des letzten Studienabschlusses in einer Tabelle zusammengestellt. Sieht wie folgt aus. Dann berechnen Sie die Kovarianz, um die Stärke des Zusammenhangs zu quantifizieren. Dafür übernehmen wir jetzt die Tabelle, wie wir sie hatten, und erweitern sie um eine weitere Zeile. In der Zeile rechnen wir aus x mal y. Also 1,2 mal 3,1, 2,1 mal 2,1, 1,7 mal 2,3 und so weiter. Wenn wir das haben, rechnen wir für alle drei Größen, für alle drei Zeilen die Summe aus, addieren also alle Werte auf und teilen das nochmal in der letzten Spalte, die wir ergänzen, durch 5, durch die Anzahl der Beobachtungen, um den Mittelwert zu bekommen. Das heißt, wir haben eine mittlere Abitursnote von 1,74, mittlere Uni-Abschlussnote von 2,2 und für den letzten Wert einen mittleren Wert von 3,694. Dann machen wir mit diesen drei Mittelwerten all das, was wir benötigen, um jetzt die Kovarianz zu bestimmen. Dann können wir nämlich die Kovarianz dadurch berechnen, dass wir einfach diese Formel nutzen, also den Mittelwert von x mal y minus den Mittelwert von x mal den Mittelwert von y. Das heißt, wir setzen diese letzten drei Werte ein, rechnen das aus und kriegen hier einen Wert von minus 0,134 raus. Das heißt, wir haben hier einen leicht negativen Zusammenhang. Wenn wir uns jetzt aber vor Augen führen, dass die Kovarianz beliebige Werte von minus unendlich bis plus unendlich annimmt, dann ist eigentlich minus 0, irgendwas ein sehr, sehr kleiner Wert, also beziehungsweise ein Wert, der sehr, sehr nah bei 0 ist. Das heißt, auch wenn hier ein negatives Vorzeichen ist, können wir eigentlich davon ausgehen, dass es eher keinen Zusammenhang zwischen der Abitursnote und der Uninote gibt. Ja, und das wäre es auch schon zu dieser Aufgabe. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie weitere Aufgaben in dem Stil sehen wollen oder weitere Aufgaben zu dem Arbeitsbuch, schauen Sie doch in die entsprechende Playlist. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.